Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel Big Boss. Mit dabei ist der Boomer und der Esker. Ich bin Boomer. Ich bin Boomer. Wartet mal ganz kurz. Egal. Ja und ich bin auf der Map von Chivino, die da ist auch komisch an Armein. Ich habe so einen Nachkampf gemacht. Ach so, du musst das eher sagen. Ja, das sieht man doch, welcher Weißverbrauch. Alter. Dann mit Kilo, oder? Hat man gesagt, ja. Ach nein! Nein! Ich hätte den anderen an und das stilte beides. Oh, ich hatte den nicht fast. Oh, jetzt kommt die... Ich bin die Tests von einer Tests und ich habe mich geloven. Ja. Aber wie man sieht, ist die Map wirklich sehr offen, wie auf dem freien Feld. Ich nehme mal ein kurzes Portal. Nein! Ey, da, komm schon. Dieser Wank. So, Gaben, dein heutiges Thema. Ja, ist... Ach so, Alter. Du, man, Kohl. Aber so, dein... Junge, lass mich doch mal in Ruhe machen. Oh, Mann, weißt du, 1, 6, 5, habe ich. Kannst du nicht, da wollen wir zu gehen. Ja, bitte. Ich bin sogar am Lust. Mann, und ich dachte, das war das andere. Nein. Nein. Oh, Mann. Ich bin sogar vorsichtig, das läuft. Da kommt der Celino von hinten. Nein, nein, nein. Ach, komm, Celino. Oh, wohnet es so. Oh, knapp, Alter. Ja, ich weiß. Alter, es geht so viel auf mich. Ja, doch, ist viel. Ähm, nicht. Ja, so, ich muss sagen, ähm... Also, der nächste ist ja von... Bubba, das ist ja... Also, ja, es hat schon angefangen, heute das zweite Spiel. Aber, ähm... Ich fange ja nächste Woche, ähm... Ja, ne, fünf Minuten, was, ne? Gegen den netten Gummipo. Ja, Gummipo. Der hat nicht so oft in den Raum mit dem Grün für das Leiter, wenn ihr mal kommt. Ja. Ach so, und, ähm, extra um deine Frage zu beantworten. Ähm... Immer ein bisschen Spoiler hier. Wiegt man das erste Spiel aus? Ah, stimmt, ja. Nein, Spaß. Ähm, 13,9 für den... 13,9 für den... 13,9 für den... äh, für Drasser-Check. Also, echt? Jo. Eigentlich war es ja gar nicht so uninteressant. Wissen, wer hat gespielt? Äh, krasser Check gegen Westboss. Oh, nein. Oh, okay. Oh, okay. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Wie war der Motorwart, wenn man nicht nur Juten, sonst ist das peinliche. Oh, der erste Wort, der fragt man es wieder. Ja, meine dritte Hande. Oh, oh. Oh, oh. Hinter dir. Ja, mach mir, ging auch schon, aber... Ich muss gerade nachladen. Oh, ich hab das jetzt nie so gesehen, dass du das so gesehen hast. Nee. Ich bin übel negativ. Ja, Mann. Jetzt lasst du nicht mal so, Mann. Nee. Schade. Ja, Mann. Jetzt lasst du nicht mal so, Mann. Nee. Schade. Schade. Ja, das ist voll. Ganz viel laut, Mann. Ja, ich hab's eben gut. Okay, ich hab jetzt die OPs gemacht, das Ganze, das Ganze Spiel ist. Das stimmt, die OPs. Oh, nein. Der läuft einfach mit der Hölfeuer ab. Der Hölfeuer muss ernst machen. Ist er wirklich? Ah, Trocki. Mann, die map die ist ganz... Okay. Jeля. Ja wie ich einfach mal nicht Eiltoes treibt. Ja, Mann, nicht Eiltoes. Ich bin noch so sehr sweet. Wunge, jetzt reicht's mir, Alter. Ich geh mir halt auf den Pist. Nichts gegen dich. Ey, schau mal nach oben. Schau mal nach oben, Boomer. Boomer, schau mal nach oben. Oh Mann, oh Mann. auf dem kommentar vor verletzten die meinigen zwar um das ist die zweite geschrieben dass er war daran weil es einfach zu verlegt mit Prozent besserer Qualität vielleicht nicht 5 FPS zu 10 und 5 braucht eigentlich nur eine Grafikkarte dann würde es eigentlich schon viel besser laufen bei diesem Fall der Vorfall Prozent die Stadt das ist dies ist sehr schön jetzt wird es noch nein wir wollen ich war ich dachte du hast die Schöne gewählt werden wir wollen die Okay, die ist runtergefallen. Okay, gut, läuft bei ihr. So läuft bei ihr. Gumbman! Gumbman! Hinter dir! Mann! Geh mal weg! Ja, Kaktus! Ich bin... Oh nein, ich bin nicht mal neutral. Ich spiel hier! Du spielst mit der Kaktus, ernsthaft. Beste Waffen, Mann! Okay, das war die Map von Chibiru 36, die Stadt. Und jetzt... Ich spiel noch die Map Deathmatchel von dort 004. Hab ich noch nie angetestet, aber ich probier's einfach mal. Irgendwo daher. Und ich fang lieber schon mal eine neue Aufnahme an, weil... Ja, ich schneide sie wie so zusammen. Und ja... Da sind wir wieder. Und... Wir gehen mal los. Und jetzt schon mal die Pots ready machen. Nummer, so, das ist eine sehr kleine Map. Echt? Echt? Ja, eine kleine Map. Ja, klein und sehr simple. Sehr klein. Kennt ihr die normale Map Matrix? Ja, die Art. Ja, eben. Ja, aber die ist übers klein. Nein! Ich hab's für ihn! Und Garnen! Beiden! Alles gezogen! Und dann... Ja! Ja! Ich hab's schon mal gezogen. Ich hab's schon mal gezogen. Ja, vielleicht gestern. Und das war nächster. Warum denn gestern? Ja, gestern halt. Da war die Map offen. Ja, gestern halt. Da war die Map offen. Da war die Map offen. Okay. Ja, Mann. Jetzt ab. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Nein, lass dich doch! Oh, Mann. Ah, richtiger Skill hier, den ich zeige, Alter. Richtig OP! OP! Ich hab' ne 3er Karte! Ich hab' ne 3er Karte! Ja, willst du, dann kommt der E-Fan, stopp' irgendwann ab! Ich hab' ne 4er Karte! Nee, sorry, weil ich hab' keinen Bock getreu zu werden im LP auch noch. Oh, komm' ich einfach mal mit der Wach wieder an! Ja, ey, ey! O, bleib'n stehen! hin ich weiß nicht ich hätte es jetzt ausgelacht werden ich hab ihm alles gezogen weedy weedy alles gezogen hast du gar nicht die hatte noch Premium ach was Junge ich soll nicht immer hinter mir aus ja sollen sie hinter mir ich bin noch bin ich bei der Eisvideo und das würde ich auch nicht ändern er war in der Verhandlung an ich habe nur noch die Säden schießt es schon nur ein Vorteil ist es Prozent der Gründer nicht nur wo man das hat nicht zu sagen die Ausrede hat es schon oft ein Wunder aber die Ausrede ja die Stadt zwei Jahre bekommt immer von hinten oder von der Seite und immer ungelegen uns hier zu machen ganz einfach dass man leichter so jetzt die ersten boomstang vom portal läuft ich muss sagen immerhin euch erstaunliche extra die boomstang hast du scheiß platziert warum sieht nichts? weil es ist genau das beste nein warte nochmal wir können auf jeden nein hast du gesagt wir können reden ich will nicht reden ich will schmerzen zu fügen oh es wird jetzt auf so viel spiel bitte nein ich will doch Leiterback machen ich will den Leiterback machen nix hiergepackt von Leiter ja ich brauch nen Kill deswegen mach ich das jetzt umma bleib stehen da ist schön fuck you Lappen nix können wexer umma jetzt bin ich wieder an und der ist grad da umgegangen richtig kam er an mich da umgegangen jetzt bekommt der immer wieder verhenschen isch wenn ich gerade wunderte bei mir ist gerade jemand ne Kumpel dabei der jetzt gerade wieder erscheint ähệico ist ja ja der kommt nämlich von ihm der erscheint och du war wie soll ich das meine er kippt nicht immer von hinten erstmal kurz vor dem Kill zu machen kommt er von hinten ja, komm der nächste Pimpler von links EIN! Da ist jeder! Nein! Ah, das tut meine Hände, der hier läuft. Ja, ich! Ja, ich! War klar, dass wir hier von uns kommen. Ich glaube, der fickt den, ey. Ah, der will krass sein. Sobald ich hier ein bisschen skiller bin, hinter dir. Jetzt hab ich mich auch noch rumgepickt. Nein, jetzt lass doch mal ein Faust herren hier, maaan! Ja, ohne! Ja, mach doch gleich! Ja, mach doch gleich! Ja, mach doch gleich! Ja, warte! Das war die Rache, weil die steiglich von Hütten, äh, fünften Nummer! Das sind die alle, die in der Hälfte! Glückwunsch! Nein! Du, wie haben wir hier noch Prämie gezogen, Mann! Ja, noch Prämie, ja wieder! Das drängt so auf! Da kommt der nächste von Hütten! Ja, sagt es mal bei mir! Ja, ich mach' den Hütten auf! Du musst schon wieder spawnen direkt von meinem Arzt, Alter! Wenn ich immer lustig mit der Einzeige respawn, ey! Da laufen die! Ah, ja! Ey, das ist, ich rauch gleich dafür! Ein anderer ist durch die Boomstein gelatschen, was ist eigentlich dafür, wenn der so bescheuert ist? Ja, das nenn ich Spätlack, ne? Na, das ist ja extra! Da gibt's eigentlich nur gut! Ey, hier geht's der Leiter! Oh, bis zum Himmel! Da war's nur der Vögel! 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 Mensch, um die nächste Boomstein abz! Ich werd' dich so killen, Alter! Ich werd' dich eiskalt! Fick' dich gar nicht! Selber! Ah, scheiße! Du misst das ja oft! Leute, alle Bedeutungen, die ich hier im Team-Wett-Play gesagt habe oder erwähnt habe, sind alle gelogen! Nein! Die haben sich sehr zusammengesteckt und dafür kann ich nix! Und ich... Nein, ich... Nein! Die haben die auch nicht zusammengesteckt! Die haben meine Stimme... Die haben die verzerrt! Ja! Und, ey, das ist gar nicht meine Stimme, die jetzt wahrscheinlich hören kann! Also! Ich bin nett! Ich hab' das irgendwie grad geschrien und das... Ich hab' das geschrien, um zu betonen, also... Ja, okay, alles okay! Ähm... Welche Waffen spiel ich? Ich spiel' jetzt den Waffen... Boomer ist jetzt okay! Äh, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem noch gefallen, trotz Boomas Ausraster! Hä? Das war das! Dass eigentlich in dein Video reinkommen soll, nicht in mein Video, aber... Ich lass' es ausnahmsweise noch gelten, ja! Und... Lass' ne Bewertung da im Kommentar! Und... Schreib' mal ein paar Map-Vorschläge rein! Das war's... Ich hab' meine... Ähm... Ja... Ich hab' die Map ins Spiel genommen eigentlich ganz einfach, weil ich... Einfach mal Bock auf neue Maps hatte und... Ja... Ja! Ihr habt mal das letzte Wort einfach mal so! Ja, hier, Alter! Ihr habt's gehört! Map-Vorschläge! Challenges groß geschrieben! Chall... Oh, Scheiße! Ich hab' grad aufgestoßen! Challenges reinschreiben! Wenn... Dann schreib' Abonnieren! Äh... Ne, dann habt ihr abonniert! Und dann... 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 Passt das so! Dann macht ihr ordentlich mit'n... Okay, extra! Okay, extra! Ist okay, also... Haut rein! Ciao! Haut rein! Ciao!